Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir die Batterie Catch Me von Garo Fireworks. Das ist eine Flash-Batterie, die fährt immer so und dann wird zurück. 25mm Durchmesser, 45mm Effekthöhe und 25mm Schuss. Hier steht erstens prächtig dicke Silberschweifaufstiege, dann zweitens blaue Sterne mit silbernen Fischen und dann Feuertöffel mit aufsteigenden Blinkereffekt. Was heißt das hier in Blau? Hat eine NEM von 350 Gramm. Ich wünsche dir jetzt auch noch mal drauf. Ja und dann bis gleich zum Test. Applaus 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 Applaus